Über die Influencerin Lisa Straube, 22, wurde in der Vergangenheit viel geschrieben. Nachdem sie die angebliche Affäre von Fußballer Mats Hummels, 33, war, befeuerte sie selbst die Gerüchte um eine Liaison mit Rapper Drake, 35. Doch kurze Zeit später stellte sich heraus, dass die 22-Jährige in seinem Musikvideo mitwirken durfte. Lisa war zwar nur eine von 23 Bräuten, saß aber an einer großen Tafel direkt neben dem 35-Jährigen und durfte ihm tief in die Augen blicken. Jetzt verrät sie in ihrer Instagram-Story, wie die Zusammenarbeit mit dem Rapper abgelaufen ist. Lisa Straube findet Rapper Drakes professionelle Art sehr inspirierend. In einer Fragerunde beantwortet Lisa Straube die gefühlt meistgestellteste Frage, wie Rapper Drake so drauf ist und wie Lisa den Musikvideodreh fand. Es war eine großartige Erfahrung, die ich nie vergessen werde, erzählte die Dortmunderin und fügte hinzu, er ist eine sehr nette Person, sehr zuvorkommend und immer höflich zu jedem. Zudem sei seine professionelle Art sehr inspirierend, man könne viel von Drake lernen, so Lisa. Ganz aufmerksame Fans wollen auf Bildern der Influencerin Drakes Küche erkannt haben. Das würde jedoch bedeuten, dass Lisa nicht nur in Toronto zum Videodreh war, sondern auch bei dem 35-Jährigen zu Hause. Diese Theorie lässt die angebliche Ex-Geliebte von Mats Hummels allerdings ungeklärt. Bis zum nächsten Mal.